Hallo, ich heiße Henner Pasch, ich bin 40 Jahre alt und Präsident der Bergischen IHK. Ich habe eine Ausbildung zum Informatikkaufmann gemacht. Das wäre heute eine Ausbildung zum Kaufmann für Digitalisierungsmanagement. Ich habe in der Ausbildung das gelernt, was ich in meinem heutigen Beruf brauche. Ich habe letztlich gesehen und abgucken können, wie man ein Unternehmen leitet. Und das ist für mich ganz besonders wichtig, denn ich führe heute zwei Unternehmen mit über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mein Tipp für euch. Ihr solltet, wann immer ihr könnt, Verantwortung übernehmen. Nicht nur während der Ausbildung oder für eure Firma, sondern auch gerne darüber hinaus. Engagiert euch ehrenamtlich, übernehmt Aufgaben, organisiert Dinge. Das bringt euch weiter und das ist für unsere Gesellschaft gut. Wann immer es euch möglich ist, zeigt auch über euren Job hinaus Engagement und bringt euch für unsere Gesellschaft ein. Das hat für euch positive Auswirkungen. Ihr werdet von anderen anders wahrgenommen und ihr könnt euch persönlich entwickeln. Das wünsche ich euch.